hey leute was geht ab hier ist der kelvin und heute gibt es eine photoshop challenge für einen kino look ja das ist das finale bild so kommt es natürlich nicht aus der kamera aber das wird gleich deine aufgabe sein das in etwas so hin zu bekommen du wirst auch sehen dass es nicht der originale kino look ist vom format aber ich erkläre dir gleich warum weshalb ich erkläre dir auch gleich noch ein bisschen was zum thema ausgangsmaterial motiv aber deine aufgabe ist es jetzt erst einmal aus diesem bild so ein bisschen den kino look zu erstellen und eine kleine vorgabe möchte ich dir geben also du hast beim finalen bild gesehen dass oben unten solche schwarze balken drin sind dass die farben viel anders sind die kontraste sind etwas verändert worden und so ein klein wenig das licht also hier ist die aufnahme unten sehr hell und ein bisschen dunkler ich zeige dir noch mal das finale bild du musst es nicht genau so hinbekommen du kannst das gerne auch noch ein bisschen besser machen aber ich möchte einfach haben dass du aus einem relativ einfachen und langweiligen ausgangsmaterial so ein bisschen hier kino atmosphäre rein zauberst stoppe die aufnahme jetzt an der stelle es gibt keine zeit vorgabe das ist aber schnell machbar also fünf minuten sind locker drin aber lass dir lass dir zeit versuche herauszufinden wie du an die schwarzen balken rankommst wie du die farben so veränderst und du kannst dir gerne hier das video pausieren und dann immer so ein bisschen vergleichen und mach es einfach mal nach also versuche auch mal dieses grading hinzubekommen diese farbigkeit und dann schau einfach mal wie nah du rankommst und dann erst schaust du dir die auflösung an also viel spaß beim ausprobieren und wir sehen uns gleich bei der auflösung so dann kommen wir jetzt mal zur auflösung wobei auflösung ich möchte jetzt einfach so ein paar zutaten mit auf den weg geben und ich werde mir jetzt auch zeit lassen dir die prinzipien dahinter zu erklären denn die technik ist hier nicht ganz so interessant vor allen dingen ist es super einfach und da gibt es auch ganz viele wege wie man das machen kann in der regel würde ich das jetzt vielleicht sogar fast mit dem kamera raw filter machen aber ich bleibe jetzt mal hier bei photoshop weil vielleicht auch viele hier mit elements arbeiten oder vielleicht mit älteren versionen also wie bekommt man einen kino look hin zuerst einmal ist das format sehr wichtig was wir jetzt mal ganz kurz machen ich werde mal das bild duplizieren um euch später einen vorher nahe vergleich zeigen zu können und jetzt ändern wir zuerst einmal das format das originale kino format ist definitiv nicht 16 zu 9 aber es geht in diese richtung ja wenn du das originale kino format willst das kannst du dir ergoogeln das ist noch schmaler aber ich muss dir ganz ehrlich sagen die meisten bilder die ich im internet veröffentliche mit diesem kino look die haben bei mir das 16 zu 9 dann noch die balken das heißt das endformat ist relativ quadratisch was nicht dem originalen kino format entspricht aber die bilder im internet gerade auf social media funktionieren leicht quadratisch einfach besser auch videos mache ich oft quadratisch aber das ist eine andere story du kannst also gerne noch schmaler gehen im originalen kino format aber das format ist nun mal entscheidend vor allen dingen ist es entscheidend diese schwarzen balken oben und unten zu haben weil das eben für diesen kino look sorgt bevor wir aber an die schwarzen balken kommen noch ein paar dinge zum color grading also zum bild look ich mache immer zwei drei dinge das erste ist eine farbmanipulation eine extremere farbmanipulation und hier musst du so ein bisschen schauen um welchen film es geht viele epische filme so nenne ich jetzt mal also die in der wüste stattfinden endzeit gladiator und so weiter die gehen in so einen in so einen gold look rein also in einen ganz warmen look weil da eben viel mit hitze rost alt das sieht man oft und das würde auch sehr gut zu diesem bild hier passen vor allen dingen dann in der kombination kontrast auch das ist so eine eigenschaft dass man bei vielen bildern einen starken kontrast noch drin hat und dann sieht man schon hier hat man jetzt man geht schon in eine richtung ist schon look vorhandene bei diesem bild will ich jetzt nicht in das goldene gehen auch wenn das vielleicht passt denn filme die die mit gefahr zu tun haben mit waffen thriller da wirst du auch oft mehr diesen syran look finden der in diese richtung geht auch das findet man oft in filmen also geh so ein bisschen danach was du für eine atmosphäre schaffen willst das ist schon mal eine gute möglichkeit und wichtig ist für mich auch immer dass das bild nicht zu flau aussieht ich bringe da meistens einen starken kontrast rein wobei ich noch dazu sagen muss es gibt noch so einen ja so einen etwas spezielleren move in der gradations kurve und zwar hell ich oft die die schwarzen bereiche noch ein bisschen auf ich zeige dir mal die kurve und dann kannst du das selber mal ausprobieren die kurve sieht bei mir immer so aus das bedeutet du hast eigentlich alles ist korrekt nur die ganz schwarzen bereiche werden hier ein bisschen aufgehellt dadurch sieht das schwarze ein bisschen matter aus und das finde ich immer sehr unterstützend für einen bild look das ist ein bisschen zu extrem aber da sieht man schon auch der goldene look kommt gut ich bringe mal so ein bisschen nicht ganz so arg dieses syran rein so finde ich jetzt besser da musst du experimentieren ja also ich habe mich jetzt für diesen syran look entschlossen habe als erstes den kontrast extrem erhöht und dann nur die die schwarzen bereiche matter gemacht das kommt auch für kinoplakate geil wenn das schwarz nicht ganz so schwarz ist mit der deckkraft hier kannst du ein bisschen experimentieren wie es eben deinem geschmack entspricht so also das sind so die drei zutaten was so das color grading angeht beziehungsweise der kontrast und ich würde auf jeden fall die lichtführungen klein wenig optimieren ich mache das jetzt mal sehr grob mit einer leeren ebene im modus weiches licht und jetzt kann ich überall da mit schwarz rein malen wo mir einige bereiche noch zu hell sind und da wo ich ein bisschen aufhellen möchte kann ich dann mit weiß malen also klicke ich mal hier unten ins bild also ich mache das jetzt wirklich total simpel und einfach da ist mir der blick der haut mir da noch ab weil da einfach noch zu hell ist und jetzt gehe ich mal auf weiß ich reduziere mal die deckkraft und helle mal hier noch so ein bisschen auf einfach um ihr seht schon den blick ein bisschen zu führen also eine kleine licht anpassung aber das war eher eine grundkorrektur das ist jetzt nicht so sehr für den für den kino look verantwortlich beim kino look kann man oft so ein bisschen spotlight bringen so eine vignette das habe ich dir meine anderen photoshop challenge gezeigt so und jetzt gehen wir an die an das format an die schwarzen balken ganz wichtig ich reduziere jetzt die ganzen ebenen runter und manchmal hast du noch überlappende bereiche ja also die siehst du jetzt hier nicht um das sicherzustellen dass das wirklich nicht der fall ist erstelle ich mir meistens eine auswahl und sage hier nochmal bild freistellen dass wirklich nichts drüber hinaus liegt außerhalb des arbeitsbereiches und jetzt kommt der eigentliche kniff du nimmst das freistellungswerkzeug achte es darauf dass hier oben keine format vorgabe drin ist achte es darauf dass die aktuelle hintergrundfarbe schwarz ist und jetzt drückst du einfach die alt taste während du hier greifst die alt taste drücken jetzt hat er nur eine seite wir gehen nochmal zurück aber du siehst die aktuelle hintergrundfarbe wird in den leeren bereich ergänzt ich habe ich glaube ich die command taste eben gedrückt also die alt taste so ziehst den bereich groß es wird gleichmäßig größer und der leere bereich wird immer mit der aktuellen hintergrundfarbe gefüllt bumm und das wäre jetzt mein kinolog super einfacher stellen mit ein paar wenigen ebenen wir schauen uns noch mal ganz kurz das original an so sah das vorher aus also eine relativ einfache aufnahme und so sieht es dann später aus du musst das nicht genau so machen du kannst das noch besser machen indem du das format noch schmaler machst das grading vielleicht ein bisschen besser ein rauschen füge ich meist noch ein bisschen dazu ein bisschen mehr vielleicht rauheit bei diesem motiv jetzt rein und dann hast du deinen kinolog probier es einfach mal aus mit diesen zutaten achte ein bisschen auf das ausgangsmaterial also ein bild wo ein model in die kamera schaut und sich dann an den kragen fasst im studio fotografiert passt wahrscheinlich weniger also schau ein bisschen auf das ausgangsmaterial und dann nutzt du mal diese faktoren viel spaß mit der umsetzung und ich bin gespannt was du daraus machst ich bin gespannt was duPS